Das würde es ja als Erfolg Warum? Hallo Minecraft, Willkommen zur nächsten Folge Minecraft City Ähm, ich nehme jetzt direkt eigentlich nach der letzten Folge auf Weil ich morgen keine Zeit habe und das jetzt aber machen will Kartoffeln! Kartoffeln! Wo ist er? Kartoffeln! Kartoffeln! Es gibt keine Kartoffeln, Kartoffeln sind alle! Kartoffeln sind alle, gibt es nicht mehr Oh scheiße, voll gegen den Baum gerannt Verdau, jetzt geschieht dir recht Nein, Quatsch, ich habe gerade extra welche gebraten für dich Kartoffeln! Hier, komm mal her Ich will schon auch zu dir kommen Nein, warte, warte, wir machen eine Schnitzel Eins Au Immer wenn ich dich einmal haue, lässt du eine Kartoffel fallen Nein, 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 nein So war der Deal nicht Hier, tschüss Kriegst du sogar eine mehr Oh nee, jetzt bin ich so Slowness Ah Ja Wie lange? Aber jetzt ist es vorbei Mann Das ist immer, immer überall gleich Gewalt Hallo? Was soll denn das? Gab es aber eine Aktion bei uns an der Schule Damals hat irgend so ein Direx gemeint Da müsste lustig sein Und er hat eine Aktion gegeben Immer mit hier den Schildern Halt, stopp, keine Gewalt Hat du das gebracht? Die haben uns alle drüber lustig gemacht Ja Okay Ähm, ja, hier ist halt der Maschinenraum Für die Bahngleise Ich habe hier schon mal was vorgearbeitet gehabt Hier unten sind Ähm Ender IO Conduits Äh, Energy Conduits verbaut Sodass die Rolling Machines alle Strom haben Und jetzt soll Habe ich Eisen vergessen Also jede Rolling Machine soll natürlich eine Aufgabe haben Und deshalb Sind da auch die verschiedenen Item Frames oben drüber Da kommt eben drauf, was die Maschine produzieren kann und soll Clever Ja Sonst muss man immer in einer Maschine alles rumbauen Ja Ähm Eiern Eiern brauche ich noch Ist fast so wie Ei Ja, rumeiern halt So Rumeiern Ich glaube jetzt habe ich alles Nein Ähm Ich brauche noch was Nochmal schnell hoch Du, 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 du Ähm Stone brauche ich noch Na, ich habe sogar Slaps Ähm Aber ich glaube, das war es jetzt Haha Au Du hast aber keine Kartoffel fallen lassen Ne Wäre ja noch schöner Meine hart verliegten Kartoffeln Ja, vielen Dank dafür nochmal Ja, ich habe bisher noch nicht persönlich Ah, toll Jetzt habe ich wieder Flux Was jetzt? Toll, Inventar komplett durcheinander gebracht So, hier Die erste Rolling Machine Soll machen Die Re Rebars Wenn ich da jetzt Klick macht hätte Ah ja, okay Ähm Die Rolling Machines funktionieren folgendermaßen Wenn du die Sachen reinmachst Mehr als Ähm Ja, der sortiert selber Ja, nee Ich meinte das Ähm Wenn du mehr Sachen reinmachst Als für ein Rezept Dann produziert er automatisch Er lässt aber immer Genug Sachen für ein Rezept noch drin Und wenn du dann Ähm In die Mitte auf das Teil klickst Ähm Dann nimmt er auch Die Sachen, die noch da drin sind Die übrig geblieben sind Und produziert noch Ähm Das letzte Ähm Das letzte Produkt Und ist dann leer Äh Nein, geh weg Geh weg Ja, ich geh ja schon So Nein, nein, nein Ich meinte hier So Dann machen wir hier mal Das erste Das war glaube ich das hier Genau Die Stone Tile Davon brauchen wir vier Dann müssen wir die vier zusammen Grafen Für ein Stone Railbed Dann gucken wir Was wir eventuell auch mal ausprobieren müssten Das habe ich zufällig gesehen Bei Railcraft gibt es auch Ähm Die Force Tiles Die Kraftfeld Schienen Das passt natürlich jetzt nicht unbedingt zur Optik Aber es wäre mal interessant mal auszuprobieren Ja Ähm Elevator Tracks wollte ich machen Standard Rail Red Na toll Hast du Redstone zufällig dabei? Äh Nein, aber kann ich gerade holen Ja, zackt Ähm Hier Eisen Äh Gold Wie viel hätten der Herr denn gerne? Ein Stack Nur ein Stack Ne, erstmal Ich mach hier schon mal weiter einfach Ordne die schon mal so an, wie sie sein sollen Das sind die Highspeed Ich beeile mich Rails Die brauchen wir auch auf jeden Fall Eigentlich kann ich davon glaube ich schon welche machen Weil ich habe einen Stone Railbed Ja Also 22 Highspeed Tracks haben wir schon mal Hast du auch eine Kiste mit? Nein Äh Da ist auch nichts drin Ja, toll Ich habe die Kiste wieder eingepackt und die Kiste hat zuvor das Zeug aufgesammelt Ähm Was wollte ich jetzt eigentlich mit dem Brauchst du jetzt noch eine Kiste? Ah Ich überlege Achso, okay Das war falsch hier Ähm Da gehören Die hier rein Die Standard Rails Und Redstone Genau Weil ich brauche auch Elevator Tracks So Ich muss noch so ein paar Ein paar Dings da machen Dings da sind immer cool Ne, ich sehe dich nicht Ich gucke extra weg Ähm So Elevator So, wie ging denn der? Redstone, Redstone glaube ich, oder? Nein Ah Kein Railroad Sondern Standard Rail in die Mitte Okay Also ich probiere jetzt gerade, dass ich es hinkriege, dass ich diese Folge Das schaffe, dass ich diese Folge das schaffe, meine Bahngleise zu meinem Haus fertigzustellen Und da kommt eine Advanced Rail rein Und da kommt eine Highspeed Rail rein So, ja, ja Da steht er mit dem Blüm... Ich bin nicht der jahre Axtmörder Mit dem Blümchen in der Hand Das ist eine Axt Was? Das war ein Blümchen gerade Ah, okay Das ist eine Axt Ja, hast ja recht Ähm, Highspeed Tracks habe ich Da machen wir, glaube ich, nochmal welche Ich habe extra meine Meine ganzen Blaze Rods, die ich hatte gepowdert So, aber so viel hatte ich nicht mal Ja, die gehen mir auch aus, wenn sie auch nochmal voran gehen Ja, wo sind denn die ganzen Blaze Spawner hin? Also ich weiß gar nicht Ähm Ja, ja Ich hatte ein paar kassiert, aber es waren auch nur vier Stück oder so So, weißt du noch, wie viele Transition Tracks man vor die Booster Tracks machen muss, damit die nicht explodieren? Ich habe mich mit Railcraft nie beschäftigt, da musst du McPhisto fragen Der hat doch hinten seine Teststrecke gebastelt Nja, die die ganze Zeit in die Luft geflogen ist Ähm, ich glaube es waren fünf Highspeed, äh, fünf Transition Tracks vor Slowdown oder so Modern Transition Tracks Ja, ich glaube das war alles so Okay Dann machen wir hier mal so So 16 Transition Reichen erstmal Und dann brauchen wir noch Booster Tracks Was? Nein, ich brauche Wooten, Wooten, äh, Railbed Und dafür brauche ich Kriege ich auch so Ja, habe ich aber keins Aber ich bin der Meinung, die Transition Tracks waren auch gleichzeitig Booster Ich habe nicht mal einen Stick dabei Gibt es ja nicht So Ähm, weil ich werde jetzt hier erstmal Oh, Level Up Sehr schön Einmal Haste Ähm, ich werde jetzt erstmal hier auf der freien Fläche einen Test Durchführen Bevor ich das unten im Tunnel baue Und dann gleich alles in die Luft fliege Ich habe doch sogar Levels dabei Aber ich habe keinen Cobblestone Ich bin voll der Noob Kein Kommentar Fünf Eins So Nein, das war ja War ja wieder der Fehler hier Nein, schon wieder Ähm Ja, man sollte Man sollte auf der Version hier auf jeden Fall keine Erde mehr mit der Hand abbauen Korrekt So, jetzt weiß ich bloß nicht Wahrscheinlich funktioniert das so Ja Oder? Weil da kann ich ja keinen hinsetzen Oder kann ich da auch noch einen hinsetzen? Ne Das müsste eigentlich so funktionieren Wahrscheinlich brauchen die auch ein Redstone Signal Da Nehmen wir mal den hier Oh, der ist in die falsche Richtung geboostert Äh, gebaut, glaube ich Die muss man immer Richtung der Highspeed-Schiene legen Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe Okay Und dann brauche ich noch einen Mindcard Oh War aber ein bisschen viel Cobblestone, den ich da abgebaut Also entweder funktioniert es Oder ich fliege gleich in die Luft Schauen wir mal Wenn es funktioniert, kann man gleich die Teststrecke in Betrieb nehmen Äh Wie macht man einen Mindcard Ich kann schwören, ich habe irgendwo noch Kreosur drumliegen Eißen Vorhin habe ich mich aufgeregt, weil irgendein anderer YouTuber da nicht wusste, wie das geht Und gerade habe ich selber nicht drauf Funktioniert Jau Okay Dann können wir jetzt schon Das noch einbauen Sonst habe ich wieder zu viel Immer so viel Kram im Inventar, den du überhaupt nicht brauchst Dafür habe ich dir hinten einen Trashcan hingestellt So Okay, gut Ein paar Standard Rails habe ich im Haus Ne, ich habe keine mehr Hast du mir Kreosur mitgebracht? Ich finde keins Ich bin mir sicher, ich hatte mal welches Aber das muss irgendwie in die Trashcan gewandert sein Unbemerkt Was ist denn jetzt schon wieder los? Dein Typ wird verlangt Ja, ein Kollege regt sich Ärgert sich genauso wie ich Dass Max Hopp bei der European Darts Championship Schon raus ist in der ersten Runde Ah, ja Ein bisschen schade Aber die Österreicher haben ja die Fahne oben gehalten Und Wie hieß er? John Rodriguez hat ja das erste Spiel in der ersten Runde gewonnen Respekt Ja, das würde den meisten Leuten nicht sagen, aber So ist es halt Ah, ich habe noch sechs Tracks Vielleicht reichen die Also neuer hat auch kein Kreosur in seinen Kisten Ne Wo du auf jeden Fall Kreosur finden müsstest, wäre Es gibt noch einen Tank irgendwie Von Nick Raine Genau, bei Nick Raine Der hat noch irgendwas Ich gucke jetzt erstmal, ob ich mit den sechs normalen Schienen zurechtkomme Oder du nimmst einfach irgendwo Schienen raus Ah, wir könnten einfach von der Bahnstrecke welche nehmen Ähm, so Ja, weil die sechs Schienen reichen Ja, genau Weil die sechs Schienen reichen auf keinen Fall Pfff Und eigentlich muss ich hier noch Eben Alles mal richtig bauen Ah, hier in der Kiste ist Äh, noch ne ganze Menge an Schienen drin Normale Tracks Reinforced Booster Reinforced Track Gibt es auch normale Booster? HS Highspeed Booster Track Gibt es Von den Highspeed Booster Ne Ne Von den Boostern brauche ich glaube ich keine Ich bringe die einfach die ganze Kiste mit Dann kannst du mal gucken Oh doch, ja, ja, mach das Die Strecke ist länger wie gedacht So, die 15 Minuten sind jetzt eigentlich schon wieder um Was? Noch nichts geschafft 5, 6, 7, 8 Wir gehen einfach auf Nummer sicher Machen hier 8, ähm Transition Tracks hin Dann lass mal 8 frei für Booster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dann kommen hier die Highspeed hin Äh, und ich hab schon wieder verpeilt Ich wollte doch erst noch den Boden ausheben Ähm Den Gravel bräuchte ich dann noch Den hole ich mir gleich oben in meinem Haus Da bin ich ja schon nah dran Ja, ein Inventar voll, hey Das hab ich normal nie Dass mein Inventar so zugemüllt ist Ich bin ja schon zum zweiten Mal In einer halb von einer Viertelstunde Sammlele ich hier dein Dirt auf Super Ähm, hoch da So, also deshalb brauchen wir nicht mehr Das Horn brauchen wir gerade auch nicht Das kann auch weg Äh Mein Gott behalten wir Das kann weg Was hab ich gerade gesagt? Gravel Du sagst viel, wenn die Aufnahme lang ist Hier Oder ich nehm Gravel Bricks Gravel Bricks sehen vielleicht noch ein bisschen besser aus Äh, was, wo, wie? Da, wie bist du? Reih, warum, da? Ich kann doch wieder wegstellen Ja, Bahnhof, bitte Eieiei, muss man euch alles sagen Eieiei Ups Guck mal diese Ansprüche hier Oh, ich brauch noch viel mehr Äh, von denen hier Oh ja, das ist gut Das sieht hier gut aus Ähm Ne, ich lass es jetzt Ja, ich wollte gerade sagen Äh, die Booster-Tracks hättest du da lassen können Jetzt ist Schluss hier mit los Äh, ich komm ja jetzt Äh, du könntest mir aber anders möglich sein Ach ja, erzähl Ähm, such dir irgendwas Schönes aus Für die Wände von meinem kleinen Tunnel hier Muss nicht sehr aufwendig sein Aber wenn du Diamantblöcke nehmen willst, mach ruhig Äh Hätt ich sogar, aber Nee, das ist zu gut für deinen Tunnel Was? Ja, ha, ha, ha Tick, 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 tick So Guck mal, was Schissen so zu bieten hat Aber irgendwas Helles, sonst ist hier so dunkel Das A noch Das war die Weißheit des Tages Nimm was Helles, sonst ist es so dunkel Und in die Decken sollen, ähm Was hatte ich vorhin gesagt, Inverted Lamps rein Mhm Es gibt heute auf jeden Fall eine längere Folge, weil das will ich brauchen Ich habe schon wieder keinen Platz mehr im Inventar Ist das wahr? Nee Ich habe noch ganz viel Platz So Nein Verklickt Ich möchte auch nochmal drauf hinweisen, dass am Sonntag ein Livestream sein wird In dem wahrscheinlich, äh, vier Leute da sein werden So wie es jetzt aussieht Ja Fisto hat sich angekündigt Und wahrscheinlich der neue Spieler, der noch nicht genannt wurde Und dann fehlt noch einer Neben dir Na, du Wenn du den Livestream nach, äh, hinten verschiebst Wie gesagt, ich bin erst, äh, um halb neun zu Hause Wenn du um sechs Uhr anfangen willst Ja Aha Dann, okay, dann werden es nur drei sein Ich wäre gerne dabei, aber das ist ein bisschen zu früh für mich Ja, dann beim nächsten Mal wieder Ich bin sonntags immer um halb neun erst zu Hause Achso Das ist Standard bei mir Dementsprechend Samstags hingegen Hm? Samstags hingegen Da bin ich da Ja, ich bin da arbeiten Ah An Halloween Der größte Schwachsinn, wie ich finde Also, jetzt mal Die Festlichkeit des Halloween Ja, das ist eine Amerikanische Variante Ja, man muss ja alles nachmachen, was die machen Finde ich ein bisschen schrecklich Aber Was soll's Man muss ja nicht mitmachen Korrekt Ähm, hast du Achso, wo hast du die Kiste hin? Hat er Im Bahnhof Hat er auch normale Booster Tracks? Ne Okay Dann Fangen wir mal an hier Äh, du sollst nicht sterben Tue ich nicht Keine Sorge Nicht? Irgendwas ist ja gerade in der Nähe gestorben Hat Schaden gekriegt Bis ich sterbe Da muss schon einiges passieren Ähm Ähm Wie heißt denn Wie heißt denn das Ähm Railcraft Nenn mal es doch einfach Railcraft Da wird es schon irgendwo drin sein Dieses Schienenende Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja Das Bumperteil Oder wie Ich Keine Ahnung, wie das heißt Bin es aber nicht, oder? Oder bin ich blind? Ja Und ja Nee, ich sehe es gerade nicht Dann machen wir hier einfach erstmal Sowas hin Ähm Und ich muss ein bisschen Zeug hier ausladen Das ist mir viel zu viel Highspeed-Tracks Nehmen wir noch ein paar mit Halt Booster wollte ich noch Ähm Highspeed Booster Die können wir wegmachen Die normalen, oder? Nee Nehmen wir auch mit Brauchen wir für die Kurve Und dann Noch ein paar Redstone-Torchs Wäre nicht schlecht So Also Jetzt brauchen wir erst Ähm Was brauchen wir jetzt erst? Transition, glaube ich Ich finde es auch gerade nicht Aber ich weiß, dass hinten bei mir Alex an die Strecke Beim Tempel Da steht, glaube ich, eins Da müssen wir mal nachgucken Ein was? So ein Bumper Ah Ah Warum Ist das so? So Ja, ich weiß Ich habe gerade wirklich Ähm Eisen weggeworfen Äh Ironblock weggeworfen Aber Ist mir sowas von egal Äh, soll der Tunnel in der Höhe bleiben? Nur die zwei Blocks, oder? Mh, ja Der soll nur Weil es soll ja eigentlich von jedem Ähm Drei Eins, zwei, drei Von jedem Haus Eine Strecke Äh, wegführen Und das wird sonst Äh, ein bisschen eng Äh Wenn man hier jetzt für alle Ein 3x3 Schacht Oder so auslegt Oh, ich hoffe, ich baue das richtig Wenn ich das nämlich falsch baue Dann fliegt mir hier nachher alles um die Ohren Bin ich schon an der Ecke? Oh ja Aus irgendeinem Grund Funktioniert mein Exchanger nicht Sehr seltsam Was für ein Ding? Mein Exchanger Hm So Highspeed Tracks Wie viel hatte ich davon benutzt? Äh, Transition Ich glaube 5 2, 3, 4 Ah, die Die Spitzhack ist einfach zu gut Cheatest du etwa? Nein 1, 2, 3, 4 Halte der Tag weg Im So Booster Booster Booster, Booster Booster So Wir könnten gleich ausprobieren, ob es stimmt Bring dich schon mal in Sicherheit No Okay Okay Ich habe hier Transition Hier Booster Und da Highspeed Die Highspeed Tracks sind aber ein bisschen voll lasch Wenn ich so die Ähm Die Farbgebung angucke So Oh, du hast hier ein paar Ressourcen verloren Kannste behalten Oh, wie dank Wie toll Ja, finde ich nicht nett Ähm Begib dich In Entfernung Geh mal aus dem Tunnel raus, bitte Oh Oh Booster Oh Oh Nein, 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 nein Halt, halt Halt Guck mal Ja Aha Okay Also Fakt ist auf jeden Fall Es funktioniert Nein Boah Es funktioniert perfekt Mal jetzt Ja, wenn man nicht immer im Tunnel stecken bleibt und dann von der Decke erschlagen wird, funktioniert es nicht. Super System. Da hat jemand mitgedacht. Ne, aber es geht, muss ich echt sagen. Funktioniert. Ich bin eigentlich zufrieden. Das Einzige, was jetzt nicht funktioniert hat, ist, dass ich hinten noch ein paar Booster-Tracks brauche, die mich dann nochmal den Berg hoch bis zum Schluss des Tracks führen. Wir machen jetzt hier noch... Warum habe ich denn jetzt schon wieder so viel Zeug im Inventar? Ist ja grässlich. Ich bin halt gierig. Was machen wir denn jetzt? Ich kann nichts fortwerfen. Ich mach ein... Ah, ich bin doch blöd. Setz doch einfach die Kiste dahin und mach da das Zeug rein. Ja, die Sache war, dass ich gerade von dir einen Haufen Material noch aufgegabelt habe. Ja. Die lassen wir draußen, Kiste kommt wieder weg. So. Wir brauchen noch ein paar... Redstone-Torches. Redstone... Redstone... Ne, Redstone habe ich... Sticks habe ich keine. So. Ja, ich habe noch... Ich habe noch 15 Minuten, um wirklich alles fertig zu kriegen. Machen wir mal einen Stack davon. Fast nur einen Stack. So. Hier soll... Hier soll das Kart ankommen. Nein. Weil, dann muss ich schon wieder los. So. Nein. Ich habe zu wenige. Ne, ich kann hier nicht runterfallen. Steckst du fest. Ah, jetzt kommt gleich hier, äh... Fehlermeldung wegen Einrasttaschte, glaube ich. Die ist so ermandelt. Ne. Doch, guck, hier ist sie. Äh, nein, warte, was? Aktivieren? Nein. Zurück zum Spiel. Ähm, so. Wir machen hier jetzt nochmal... Ich glaube, ich mache hier bloß nur Booster-Tracks hin. Brauchen Booster-Tracks eigentlich auch die... Die Transmission-Tracks? Ne, oder? Ne. Steht nichts in der Beschreibung, also brauchen sie das nicht. Hoffe ich mal. Ist recht. So. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Drei. Was war die Anzahl von den... Ich glaube, acht Schienen können gleichzeitig mit einem Redstone-Signal befeuert werden. Gucken wir doch einfach mal. Oh, ne, die sind durchgehend. Passt. Okay. Und um zu gucken, ob es explodiert oder nicht, müssen wir uns da jetzt draufsetzen. Boom. Hm. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Scheiße. Und zwar lautstark. Ja, und das Problem ist, direkt hinter meinem Schacht, ähm, ist mein Aufgang, ist mein Aufgang fürs, äh, oder ist meine, ähm, Kiste, komm her. Äh, da ist meine Bootsanlegestelle. Ach, ach, ne, und jetzt habe ich die, ach, Mann, von den anderen Schienen habe ich auch welche zerstört. Ähm, falls du hier noch den Schacht machen solltest, den bitte mit Cobblestone. Äh, baue es mir vor. Bin schon dabei. Ich muss ja sowieso hier gerade Reparaturarbeiten durchführen. So. Ne, das, was du da hinten gemacht hast, passt. Es geht nur um den Schacht, der hier nach oben geht. Okay, das heißt, ich brauche hier auch Transition Tracks. Und zwar in Richtung... Ne? Warum ist das Redstone-Signal jetzt weg? Das kann ich dir nicht beantworten. Oder war das bloß die Fackel, die du weggemacht hast? Ich habe eine Fackel weggemacht, ja. Beziehungsweise die ist weggegangen. Also die sind eigentlich geboostet. Aber dann verstehe ich nicht, wieso... Ach so, weil ich in die andere Richtung nicht gefahren bin. So, dann brauche ich hier nämlich auch nochmal so Transition-Teile. Das sind Booster-Tracks. Nein! Man soll's da Booster hinlegen. Und da kommt der Transition hin. Au! Äh, essen! Na, das wird eine ultralänge Folge. Okay. Ähm. So, fertig. Hier machen wir noch einen normalen hin. Und dann kommen hier die da. Okay. Eigentlich müsste es so funktionieren. Und die Lampen fehlen noch. Ist ja nicht Bauabnahme. Für die war ich nicht zuständig. Doch, 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 doch. Und da fehlen noch ein paar... Da fehlt mir auch noch ein falscher. Was? So aber nicht. Und da auch. Wo bist du? Ah, warte, ich habe welche zum Ausbessern. Ah, da. Okay. Ah, da ist noch einer. Äh, was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, das noch mal testen. Rainforest Tracks. Was für Lampen wolltest du haben? Äh, Lampen. Inverted White Lamps. Inverted White Lamps. Okay. 3, 2, 1, los. Entweder explodiere ich jetzt nochmal, oder es funktioniert nicht. Das wird es ja als Erfolg, äh... Warum? Warum bin ich jetzt schon wieder explodiert? Ich bin am Ende vom... Nee, hä? An der Kurve. Äh, wenn du zu schnell in der Kurve bist, kann es sein, dass du da explodierst. Ja, ich hatte ja extra eigentlich den Speed verringert. Dann musst du ihn noch weiter verringern. Na, ich lege jetzt, glaube ich, zwei... Den machen wir auch nochmal weg. Jetzt nochmal... Eigentlich müsste das passen. Das sind nur... Zwei, vier, sechs... Das sind vielleicht zehn Highspeed Tracks. Äh, Booster. Ja, hin bin ich gekommen. Das doof ist, dass mein Card ist immer weg. Tja. Dann wirst du wohl für teuer Eisen ein weiteres bauen müssen. Ah, ich hab noch Eisen dabei. Deswegen gehst du... Ähm... Was wollte ich? Normale Schienen. Aber ich verstehe nicht, warum der mich an den normalen Schienen dann zurückgeschickt hat. Das kann ich dir nicht beantworten. So, da ist der Poller. Mal gucken, wie der heißt. Buffer Stop Track. Ach, das ist, ähm... Das ist kein Poller in dem Sinne. Das ist eine Schiene. Wenn du die hinlegst, dann erscheint ein, äh... Dieser Poller. Ah, okay. Die heißt Buffer Stop Track. Davon brauche ich auch einen. Kann ich nicht. Garantierlich. Warum nicht? Bist du etwa Noob? Mit Sicherheit. Und hier. End of line. Couldn't grab it. Weil ich kein Geosot habe. Das könnte das Problem sein, weshalb ich da in die Luft fliege. Weil die Highspeed Tracks gar nicht geboostet sind. Äh, die Booster Tracks. Die waren gar nicht geboostet. So. Wir haben das nochmal ein bisschen ausgebaut. Ich habe Inverted Light Grey Lampen im System. Schon wieder. Och, Menno. Hä, das kenne ich schon. Also, ich hatte das schon so oft bei... Und toll, das sind alle Schienen explodiert. Mäh. Warum? Die waren aktiviert. Es waren Transition Tracks. Ich glaube, ich muss ja sowieso normale Booster Tracks machen. Dann mache ich hier einfach normale Booster Tracks drunter. Das ist so ein kurzes Stück. Da kommt es nicht auf Geschwindigkeit an. Also nicht auf so eine Geschwindigkeit. Ich muss schon wieder reparieren hier. Äh, was hattest du gesagt? Light Grey? Ja, mhm. Ich mache gerade weiße. Danke. Ich weiß nicht. Ich weiß auch, wie du bist. Gän 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 gän. Bitte weit. So. Ich brauche jetzt noch ein paar Elevator Tracks. Hier kommen noch zwei. von denen hin. Ach, immer die scheiß Erde hier. Geh weg. Was habe ich gesagt? Elevator-Tracks brauche ich noch und die normalen Booster. Creothium hast du noch keines gefunden, oder? Ich habe nicht weiter gesucht. Ich war ja beschäftigt mit deinem Tunnel. Was? Ja, ich habe da so einen üblen Boss, so einen Hetzer. Kenne ich gar nicht. Ja, den solltest du mal kennenlernen. Der macht dir Beine. Elevator Advanced Necke weg. Hallo. Jetzt habe ich nichts mehr dabei, was ich brauche. Ach, Mann. Immer dasselbe. Und genau so ziehen sich die doofen, langen Folgen hin. Wir sind schon bei 41 Minuten. Und Redstone habe ich auch keines mehr. Wo ist das ganze Redstone hin? Ach, das habe ich in seinem E. Du machst Sachen. Dann müssen wir halt noch mal schnell rüberfliegen. Eigentlich habe ich auch keine Zeit mehr, weil ich jetzt gleich los muss. Ah, ja. Nick Raine hat einen großen Tank voll mit Kreosot. Und Möchtest du mir davon was mitbringen? Moment. Ah, der hat einen Endertank damit. Okay. Bringe ich den Endertank mit? Na, so viel, wie du willst. Eisen. Warte mal. Moment. Ja, ich habe einfach nicht mehr so viel Platz. Ok, ich habe doch mal mal такое. Ich habe noch mal etwas mit帶 к phenomisch. Ich habe mich in der Knoten in der Knoten. Und wenn ich schon mal dazu zeigen, ich habe schon mal zwei Kilometer zuletzt. Und dann, dann werde ich auf den Knoten. Ich werde mich in der Knoten lassen. Und dann werde ich natürlich noch nicht mehr. Oh, das ist mir auch noch. Und dann werde ich noch einmal bei mir. Und dann我要 anbelge hearts. Und dann werde ich den Knoten. Ich möchte mich auch mit einer Lange. Und dann werde ich mir D bury mich noch nicht mehr. Und dann werde ich meinen Knoten. Bitte in die Werkhalle. Schon dabei. Einmal so, einmal Gold und einmal Redstone. Und jetzt bitte ein bisschen flattier. Ja, ich bin ja schon dabei, Chef. Und dich habe ich nicht gemeint. Aber warum bist du noch nicht da? Da! Gut. Ah, die sind nicht gepowered. Deshalb funktionieren die nicht. Toll, mitten rein. Okay. Was habe ich gesagt? Track. Track. Normale Booster-Track. Ruten-Booster-Track. Ruten-Teil. Äh. Ach, Mensch. Machst du alle mit dir wie das Äffchen? Ich kann dir nicht schon wieder einen Auftrag geben. Kannst schon, wenn du willst, dass die Lichter nicht gesetzt werden. Sag dir doch, ich kann nicht. Äh. 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 Ich muss jetzt aber reichen. Damit muss ich zurechtkommen. Mit den Materialien, die ich jetzt dabei habe. Ein paar Haufen Slaps hier. Dann machen wir das so. Und dann brauchen wir den Eimer noch. Aha. Ist ja witzig. Muss ich jeden Eimer einzeln füllen und da rein machen. So. Boutenbooster. Was? Wutten-Rail-Bed. Standard-Rail. Wutten-Rail-Bed. Da kommt was anderes raus, wie das Rezept sagt. Haha. Hä? Wenn ich im Rezept auf den Wutten-Booster-Track klicke, dann bringt er mir das Rezept für... Ach, für alle. Äh. Darf ich den auch noch suchen? Was ist das hier? Control-Track. Booster. Wutten-Booster-Track. Ist ja so ein aufwändiges Teil hier, das gibt es ja gar nicht. Äh, Eisen. Du hast es so gewollt. Ähm. Den hier will ich. Wutten-Booster-Track. zwei Gold. Zwei Gold. Ein Redstone. Und vier von denen. 16 Wutten-Booster-Tracks. Gut. Was brauchen wir jetzt noch? Das war für den Berg. Die habe ich auch, die Elevator-Tracks. Ähm. Und wie hieß dieser andere? Buffer-Stop-Track. Ja. Du brauchst einen Iron-Block dafür. Block of Iron. Iron-Block. Yes. Damit du richtig dagegen knallst am Ende. Und ein Wutten-Rail-Bet. Toll. Ach, geh weg. Hau ab. Nee. Scheiß Block hier. Ich bin hier unter Stress. Oh. Tief durchschadet. Ja. Ist das umständlich? Du musst jedes, für ein Wutten-Rail-Bet brauchst du einen Wutten-Teil. Und das Wutten-Teil musste, mache ich gerade jeweils mit einem Eimer immer extra. Ähm. Hier, geh mal rein. Geht nicht. So. Und was brauche ich noch? Was habe ich denn gesagt, was ich gerade baue? Keine Ahnung. Ich höre dir nicht zu. Ähm. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Deswegen sage ich dir jetzt noch nicht, dass ich die Lampen alle gesetzt habe. Ich will diesen Buffer-Stop machen. Ah, Wutten-Rail-Ding habe ich. Das kommt da rein. Und dann habe ich 16 Stück von denen. Ja, logisch. Weil du davon ja auch 16 brauchst. Nein, jetzt nicht. Hör auf zu spielen. Nee, macht nur so Spaß. Ja. Ja. Nee, nirg'n Gemenk. Hat du Probleme? Und das soll hier hin. Ja. So ist richtig. Dots. Wir brauchen Redstone-Torch. Wir brauchen das da. Und wir brauchen die Spitzsacke. Warte mal. Wir machen hier 1, 2. Was? 1, 2, 3. Ja, war ja logisch. Hau ab. Okay. So. Das da hin. Das da hin. Okay. 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 Ich muss sagen, die Schienen sehen ja eigentlich ganz geil aus mit dem, mit dem Texture-Pack hier. So. Okay. Den Berg müssen wir jetzt auch hochkommen. Jetzt müssen wir uns noch um das andere Problemchen kümmern. Was habe ich gesagt, woran es liegt? Ich glaube, ich habe gesagt, das ist egal. Ich mache das mit normalen Schienen. Und da habe ich gesagt, das funktioniert nicht, weil die nicht geboostet sind. Und das geht auch nicht, weil da ist... Na, da ist meine Bootsanlegestelle dahinter. Ach genau, die wollte ich mir noch angucken. Du hast ja gesagt, du hättest da was verdient. Ähm, ja, wenn du zur Tür reingehst, dann, ähm... Na, warte mal. Kannst du das mal wieder zub... Warte, warte, ich gebe dir einen Redstone Torch. Äh, zubauen und dahinter den Redstone Torch platzieren. Also einfach bei dir dran, den Redstone Torch. Ähm, was ist das? Huge Cold Stone Torch. Hast du die, oder...? Äh, einer müsste im Wasser liegen, wahrscheinlich. Wasser. Ah, ja. Sind die jetzt aktiv? Ich seh's nicht. Jetzt haben wir hier einen... Random Redstone Fackel an der Wand. Das würde ich ein bisschen cleverer lösen. Die sind nicht... Die sind nicht aktiv, warum nicht? Ah. Ich muss die irgendwie aktivieren. So sind sie aktiv. Wie? Äh, die Fackel hinten dran bringt nix. Äh, die... Wenn man die Fackel hier an die Seite setzt, dann geht das. Oder? Ne, so geht's nicht. Wollte ich gerade auch. Ich hab's vorhin mit, äh... Ich muss im Prinzip hier direkt parallel sein. Wie parallel? Auf der... Auf der Sichtseite? Äh, ja, hier. Rechts. Ich hab sie hier rechts nebendran gesetzt. Okay. Dann hast du wieder zwei Blöcke vergessen. Was? Ich hab sie hier rechts. Ach, nee. Was hat sich jetzt aufgemacht? Wahrscheinlich das Wasser. Ah, toll. Äh, ich hab den Hebel gedrückt. Ach so. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das habe. Ich dachte, das wäre jetzt automatisch gegangen. Ne, ne. Ich dachte, das wäre ein Störsignal gewesen. Das ist doch Schwachsinn. Egal. Jetzt erst mal. Ich will die Folge jetzt beenden. Hallo? So. Was tust du? Ich guck mir deine Verkabelung an. Au. Sie ist ganz simpel. Ja, ja. Das sehe ich jetzt auch. Oh, 55 Minuten. Ich glaube, ich spinne. Für sowas Simples, das gibt es gar nicht. Du hast noch Mithilfe. Ja, ich vergesse schon wieder, was ich suchen will. Ich wollte einen Minecraft machen. Schon wieder? Ja. Du hast einen Verschleiß, das ist ja nicht mehr feierlich. Ich habe jetzt noch mal drei Stück gemacht. Das muss reichen. Drückt mir die Daumen. Das muss ich mir doch gerade anschauen. So. Drei, zwei, eins, los. Das sind Elevator-Schienen, die heben nur hoch. Offenbar. Ja, scheint so. Hallo. Scheiß, mein Gott. Ach, das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja Blödsinn, ist doch das. Ist doch so. Ähm, die Elevator-Tracks sagen, apply Redstone at the top to go, ah, to go up. Okay, ja. Da geht es nur ab. Ja, ich könnte es mit einem anderen Signal steuern, damit sie nicht, damit sie aussehen und dann müsste es auch nach unten gehen. Genau, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Mein Vorschlag ist, dass ich das jetzt von der anderen Seite teste und das bei der nächsten Aufnahme mache. Oder off-screen. Ja, im Prinzip kann man ja was jetzt hier aus dem Kabel legen, an der Seite, oder dann wieder heben und dann packen oder irgendwas. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ha, ha, ha. Hi. Ah, geil. Okay. Oder ich mache eben noch eine zweite Strecke nach unten, die dann auf die andere führt, um auch zum Rückweg zu kommen. Da muss ich aber da auch ein Redstone-Signal ansetzen, oder? Nee, müsste eigentlich... Die Elevator-Tracks müssten ja dann ohne Redstone-Signal nach unten führen. Das heißt, du bräuchtest auf der anderen Seite dann kein Signal? Nee, ich müsste... Nee, 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 nee. Eine Weiche oder irgendwas? Die müsstest du einfach nur so einbauen, dass du nur von der einen Seite umgelegen fährst auf die Hauptseite und von der Hauptseite nur gerade ausfährst quasi. Das müsste machbar sein. Genau, einen Switch-Track brauche ich da. Okay, aber das war's jetzt für die heutige Folge von Minecraft City und ich hab... Ich bin fertig. Fix und... Da ich die Folge jetzt morgen hochladen werde, also für morgen ist... Nein, für heute. Also für morgen. Ich nehme die Folge gerade am Freitag auf und sie ist für Samstag. Sonntag kommt ja der Livestream. Da werde ich wahrscheinlich das Problem auf jeden Fall voll beheben und auch die andere Richtung noch aktivieren, damit wir in beide Richtungen von meinem Haus ausfahren können. Und... So, dann soll es das gewesen sein. Gut jetzt, oder? Ja, passt. Gut. Ciao, Minecraft. Bye. 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 Bye.